ja hey Leute hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay oder mehr nach sich endlich meinte ein Letztest von District 187 ist sein es sein Street das Spiel gibt es als zu free to play in steam also es ist weiß ich nicht der Kaprat zu einer Update Anzeige da stand das Spiel drauf und irgendetwas mit Star Wars was weiß ich klick dich hier drauf hab ich mir geholt was ich mal gucken anzocken ja wie seht bin ich jetzt hier noch ein Newbie hier zwei Wends für 35 Kills 30 der vorher nur vier er hat bald Level ab und gucken wir mal alle Einstellungen aber auch schon rumgefuchtelt die hd also die Grafik ist geht es erinnert mich etwas an bis so ein bisschen Conorstrike mäßig aber Prozent Conorstrike ist in nichts hierzu das ist mehr so hier so Gangster Style Gangster gegen Polizisten und so ich hab mich schon inventory ich hab mich schon hier diese Sniper gekauft sonst nicht für den Tag man hat am Anfang 30.000 Gold der dieses Cash das ist ähm das muss man sich so dabei kaufen so ich wollte mir noch eine Pistole kaufen äh wo band's hier die ein Tag pushphrase aber jetzt natürlich Sniper und Pistole ja passt ok ähm was gibt es noch sonst so ja es gibt schon einiges hier obwohl es war es schon warte mal Waffen hier ja man kann schon hier so ein paar Sachen kaufen ähm ja am Anfang hat man eine M4 diese Waffe und diese G19C3 und das Messer und die Fragrant ich hab jetzt nur zwei Waffen neu dazu gekauft ähm sonst kann man sich noch hier noch ja äh Sachen anziehen hier Kostüme kann sich die übelsten hier mit Mütze und so richtig Schwuchtel Style hier Wikinger Oldtime und so Oldschool hier noch mit Schutzweste natürlich bringen die einen Scheiß sehen halt eben geil aus hier ja so ne Sputtenhose so richtig gay style hier Troll genau ok das Spiel hat schon etwas schon lustig ähm Gangster Style hier so ne behinderte Brille für 100 100 Gold leckt mich am Arsch ok ich hab jetzt Waffen gekauft ähm Settings lasse ich auch mal reinschauen hier gibt es die ganzen Grafiken hier bezahlt natürlich die Beste ähm Musik hab ich leider ausgemacht denn hört es euch an von die 2 Tante und und dann halt was soll ich machen los oh warte bei der Papier Papier doch am Sack Prozent ja ich mag das nicht so also jetzt wegen der Aufnahme wo gibt sie einen schönen vollen Raum hier fünfzehn Leute Team Deathmatch Start Ergängel und so rät als Maulettigte die Kammer auszunehmen so ah schön wie er zieht der erster Feind laufen da rum hier erster Death scheiße meine Maus hat gehangen fuck ach ja man kann während der Spawn auch die irgendwelche einfach so Waffen aussuchen finde ich sehr schön etwas leidsam machen wegen der Aufnahme oder vielleicht hab ich das zu laut ist auch scheißegal ob das ihr hört Prozent Prozent ich sage Drecks Camper ich habe ich hier so will ich es hören auch Mann wenn man die hier die empfiehlt heißt XM 177 was für Fälle noch etwas also man kann auch glaube ich damit er war vor zu suchen mit Schiff kann man nicht werden sondern so Aua ja irgendwie etwas Fell gewesen hey gibt es einen unterirdischen Gang ganz schön gruselig Alter bleibt euch irgendwie überall hier hängen das Maul ja schön erstmal Elternbesuche gehabt kann man nichts tun Leute tut mir leid ja es gibt auch hier Open Door habt ihr gerade gesehen auch ein paar Interaktionen kommen hier hoch nein es ist kein Call of Duty hier kann man nicht so schön hochklettern ähm ja nicht dass ich mich jetzt hier verlaufe Tageslicht da steht ja doch der Wichser ja ja da kann er ah die ist runter gefangen zum Glück ha 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 AWM bitte ja das ist A5 4 AKD Aua Arme Hilfe tüttet den Bösewichtern Kornas 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 ich finde das Geräusche Tüttel A1 Tiefersfälle was macht denn da umarmte seiner Sniper ha ha sie kämpfen die meisten ha ja jetzt zu sterben ne meine ha fuck you bitch lass mich spawnen wow nester Opfer I'm ready I'm ready die die hat jetzt tut mir echt leid Drecks Camper ich hab mich gesehen lol what the fuck woher kommt der denn Hörger naja oh wir losen auch ok das game ist jetzt vorbei 98 zu 77 erfolgreich gelust haben wir er ist an meiner du Hurensohn ey wo hat denn du Hure bleib stehen ach fick dich schnauze so ich hab jetzt Level Up gehabt komm lass mich hier raus ähm ein game trau ich mich noch vielleicht eine neue Map oder so wie wärs denn hier ah zwei Leute das ist etwas lame zwei Leuten hier schon voll verdammt nee gehen wir mal da rein auch eine neue Map ähm start go for it go for it go for it what the fuck win ah ist das hier äh suchen zerstören und so mit C4 game start alles klar so guck dir den wikinger wikinger an ja hier gängster style eagle ich finde es voll geil wie er die zieht ich sehe schon Schüsse ich sehe schon Schüsse das muss ja vorstellen zack das ist der Vorteil wenn jemand Sniper im Team ist wo kam der denn her wikinger ey I'm friendly und du nicht bin zu viel an desert gewöhnt oh man Flashlight L ne gibt's hier nicht ok ähm das ist klar was war das ach die Bombe ist hier gut ich kämpfe hinten ich kenne die Map zwar noch nicht aber egal äh da fuck kumpel ist tot ey andere Waffe hier hallo granny granny hey yes ich habe gewonnen auch gut you win you win gut jetzt sind wir mal die m4 mit finde ich cool äh äh die Geräusche sind kein da oben sind sie schon kann ich wechseln lol du hässliche Mist oh man jetzt müssen wir hier mitgucken ah schön m4 hast du da mein Freund und da mal gesehen wie abgeht Dreckslager du misset hier übelst das nahe aber hier Albedoy oh man ach scheiße 1 1 kd doll da kämpfen sei das muss ich mir merken auf zusammen naja ok ähm ich mache jetzt hier noch eine also ich mache genau 15 minuten und dann äh dann werde ich denn das hochladen das rennen und hochladen da sehen wir wie er die Bombe dann klar macht ich hoffe mal dass ich in den 15 minuten alles zeigen kann was so wichtig ist ne ich habe gezeichnet für ein paar Waffen dass man auch zoomen kann die Grafik zeige ich hier gerade auch ähm und dann ich es es wäre wirklich nett wenn ihr mir in die Kommentare schreibt ob ihr hier von mehr sehen wollt ein paar Gameplays oder so oder irgendwie die müsst ihr einfach mal die Kommentare schreiben vor allem natürlich über den Daumen hoch ähm ja und sonst gucken was ich euch mal alles zeigen kann 3 2 1 bumm jetzt geht ab jetzt geht es ab jetzt geht es ab jetzt wird bloß und fließt dann nächster wichser ganz ehrlich nach einer Zeit merkt man sich das einfach au lol what the fuck ach komm ich will jetzt keine Pussy sein aber ich mag das nicht ich muss ja so lange warten ich mach lieber ähm Exit äh ich mach lieber ähm Team Deathmatch und so ich habe euch ehrlich gesagt keine Zeit mehr jetzt noch zwei Minuten denn ich möchte eine zwei Paar zu machen ähm ja hier neue Map 14 komm Start go 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 ab da rein dein Maul und sagst du immer das gleiche du Spaß hm not some hate fucking yeah ich verarsch' nur um habt ihr das gehört hm 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 alles klar 6 hp hier haben auch schon mal gesehen wie eine waffe dies und ist hier worin alle rum hier messer animationen granate aber verdammt ja ich hätte mir denken können ein schuss reicht jetzt kommt spawn schneller naja ok leute das war jetzt von dem game alle links und so sind in der beschreibung und dann bis zum nächsten mal